Hallo zusammen, hier ist Marcel von AndroidUser.de und vor mir liegt das Galaxy Nexus mit dem neuen Android 4.1 Jelly Bean, das ja seit gestern ausgeliefert wird. Wir sind natürlich alle schon am testen und durchschauen, obwohl sehr viele Features schon bekannt sind, haben wir doch wieder mal was Neues gefunden. Und zwar gibt es ein neues Widget. Widgets fügt ihr unter Android 4.1 über den App Launcher hinzu, hier einfach über den Reiter Widgets und dann mal ganz nach hinten scrollen. So, da gibt es ein neues Widget. What's this song? Und einige von euch werden jetzt natürlich schon wissen worum es geht. Einfach gedrückt halten, um zu einem der Home Screams hinzuzufügen und hier steht es dann auch auf Deutsch. Welcher Song ist das? Jetzt machen wir mal die Musik am Rechner nebenan ein bisschen lauter und tippen einmal drauf. Das ging ziemlich flott und wir haben das auch mit anderen Liedern ausprobiert, also der Dienst arbeitet relativ schnell und zuverlässig. Das war Marcel von AndroidUser.de und das war die neue Musikerkennung von Android 4.1 Jelly Bean. Musik Vielen Dank.